Salut, wir beginnen mit in der Winterslandschaft, um euch von zwei Natur-Printern zu reden, die seit Jahren quer durch Elsass herumzirkeln um das Vieh, aber an die Natur abzucnipsen, los geht's. Minus sechs sind es. Vincent Michel und Eric Gangloff haben uns ein-zwo zwischen Ingeland und Lothringen rendezvous gehalten. In den Jahren toppen die zwei Amateur-Fotografen so oft wie mellisch in der Natur herum, um die Vieh abzucnipsen. Sie haben uns auf der Suche eines ihrer Lieblingstieren mitgenommen. Sie ist ganz kurz, wie es in Europa gibt. Sie ist so gross wie eine Schwarzamsel oder ... Sie weiß 60 Gramm. Und hier ist der Pilaire Glacier, sie ist immer da gewesen, aber wir haben sie nur in 2003 in der Vergessen gefunden. Und in Frankreich sagt man la Discrète. Sie ist ein bisschen der Graal von einem Fotografen, einem animalier. Kein Glück von uns, der Cheveget hat sich nicht gezeigt, als er zugehalten. Die Fotos haben sie vor ein paar Wochen genommen, das Raubferien haben sie jahrelang gesucht. Jure gehen drauf. Jure gehen drauf, ja. Wir gehen ein paar Mal, also wie es gesagt hat, im Herbst, wie wir hoher ist, wie wir sehen, ein bisschen finden, dort verschiedene Plätze, die wir sehen. Und noch wieder im frieen Jahr, oder eines Winter, wie wir schon an den Platz gehen und hoher ist und wissen, ob das Mann senkt. Wenn das Mann senkt, bleibt sie noch beide der Rest des Jahres. Das Fee kennenlernen, ob das man es fotografieren will, das ist grundsätzlich wichtig. Die zwei Freunde verbringen Stunden drüssen, um die Natur anzulögen. Das sind Momente, wo man sich alleine in der Natur findet. Das ist ganz verschieden, was man alle hier macht. Wir haben Ruhe, wir können horischen, wir hören nur mit der Natur. Es ist kein Krach, es ist niemand wieder zu sagen, du musst das machen, du musst das alles machen. Wir können es richtig machen, wie man will, und es ist richtig, es wird uns geniessen. Ich bin ein bisschen warmer, Koffe, es ist schon ein bisschen kalt, es ist kalt. Schon wieder hier im Paradies. Es ist vital, würde ich sagen, weil ich finde meine ganze Kraft hier in der Natur. Ich finde meine Kraft mit meiner Familie und in der Natur. Auch seit immer, ich bin immer in der Natur gewesen. Immer. Ich finde wieder Energie für mit ihr, wie du es machst. Selbst gereichtert und selbst gekocht. Alles selbst gemacht. Als sie über das Fee und das Foto gelernt haben, haben sie selbst gelernt. Zuerst jeder von sie schon seit ein paar Jahren jetzt an der Lese, ihre Wirtschaft. Du bist ein Hirsch durch. Du bist ein Hirsch durch. Das sind die Kompagnol, die andere Rongeur, die Kompagnie, die schassen werden. Und es ist sehr wichtig, dass sie in den Kompagnen wieder in den Kompagnen finden. Tieren, die sich auch im Laufenden Jahre anpassen müssen, in einer Natur, die immer mehr misshandelt wird. Eine Wirklichkeit, die die zwei Fotografen oft feststellen. Im Wald schon ein bisschen, aber mehr im Tal, bei uns hier, im Chorus-Barry. Früher hatten wir mehr Obstgärtel. Und immer weniger Haken, und das ist immer das Problem, dass die Fee oder die Eile oder das kleine Wild hat noch mehr Schwierigkeiten für ein Blatt zu finden, für ein Nestbeue oder für sich zu verstecken oder ganz einfach nur für eine Frasse zu finden. Und so werden Vincent und Eric wieder die Bilder machen, die sehen von dem, wo er ist und wo gewendet ist. Richtung Syngau. Jetzt hat von unserer Frache auch der Frache. Wir haben mit dem Meer von Oldtang Rendezout Philippe Wahl, der Orichgär Musik spielt. Ich bete Philippe Wahl, Meer von Oldtang und habe auch gearbeitet mit meinem Sohn, wo wir Sportpokale und Ära-Prisen verkaufen. Rachts oder links? Rachts. Bist du frach oder frech? Ich bin frach. Mit wem? Mit denjenigen, die es verdienen. Und wer verdient es? Das kann ich nicht sagen. Die, die es auch gut wissen. Was ist deine Lieblingsradio? Franz Bleu Alsace. All morgen, wenn der Wecker schaltet, ist die Musik Franz Bleu Alsace, die angeht. Lieber Musik oder Sport? Musik. Was spielst du für Instrumente? Orgeln und Handorgeln. Machst du viel Musik? Jetzt immer weniger. Die Finger laufen nicht mehr so schnell, wie wenn man jung ist. Was ist das schönste Dorf im ganzen Alsace? Das ist natürlich mein Dorf. Was hast du gerne da? Drei Ein. Wir sind weit von der Stadt und doch nicht weit zur gleichen Zeit und ich schreibe. Weiss Wein oder Rot Wein? Coca-Cola. Bist du der fair oder dagegen? Bier ohne Schäume? Ganz dagegen. Trinkst du überhaupt Bier? Ab und zu mit einem Kollegen, aber nur ein halbes. Ver healed. Ver noch nicht.